Hallo liebe Freunde, willkommen zur Auslosung des dritten Barcian LP Gewinnspiels. Ich bin's euer Patrick und ich hab wieder meinen Wundertopf mit den Losen hier. Diesmal eher weniger Spieler, das heißt eure Gewinnchance ist um Weitem höher. Diesmal hab ich ja, was denke ich, sind 20, 15 Spieler oder so, die dabei sind. Vielleicht, ja, egal. Ähm, ja, ich denk mal, wir fangen gleich mal an. Ich hab euch ja gefragt, was euer Lieblingsspiel war, bevor ihr 10 wart. Ja, einer hatte das Problem, der war 28. Ja, der hat mir dann einfach geschrieben, was sein erstes Lieblingsspiel war. Naja, ich denk mal, es geht los. Ähm, das erste Los ist natürlich für Total War Shogun 2, die Limited Edition. Und ja, dann hört ihr, hört ihr, warte, Moment, Moment. Hört ihr, wie ich herumsuche? Tja, ich nehm das erste Los raus. Habe es in der Hand. Ich öffne es. Und es, der Gewinner ist, XHP Gamers oder Gamers X. Okay, XHP Gamers X. Hat Total War Shogun 2, die Limited Edition, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Fall, ich schreib dir mal ne Nachricht auf YouTube. Und auf jeden Fall bitte hier einen Kommentar abgeben, dass du die Mail bekommen hast. Dass es nicht ein Beschiss ist, dass ich mir das Spiel einfach behalte. Tja, und jetzt geht es um den zweiten Preis. Um Darkest of Days. Ich suche wieder herum. Natürlich schaue ich, ob du auch ein Abonnent bist, natürlich. Sonst nehme ich neu auf. Denk aber nicht, dass du es der Fall ist. So, der zweite, der es gewonnen hat, ist De Shicho. De Shicho. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jedenfalls suche ich dich dann in der Leiste. De Shicho hat Darkest of Days gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Mein Beileid an den Nicht-Gewinnern. Ja, sagen wir in einem Monat gibt es das nächste Gewinnspiel. Da habe ich mir gedacht, dass es diesmal wirklich ein Horrorspiel gibt. Ich hätte ja schon 4-2 zu Hause gehabt. Aber da ist was dazwischen gekommen mit dem Spiel. Also habe ich dann Total War genommen. Ja, lasst euch überraschen. Habt gerade eine Skype-Nachricht bekommen. Bis zum nächsten Mal. Verfolgt meine Videos weiter. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinnern. Mein Beileid an den Verlierern. Euer Patrick.